Im Radio ist HR4 ihre Heimatwelle mit Schlagern, Evergreens und Programmfenstern aus allen hessischen Regionen. Und auf der HR4-Rad-Tour können sie Hessen gemeinsam mit uns entdecken. Gemeinschaftssport macht natürlich viel mehr Spaß, dann mit einem Radiosender wie HR4. Unsere HR4-Hörer sind eine große Radiofamilie und die lernen uns, die Macher vom Programm dann auch persönlich auf dieser Tour kennen. Carsten Gulke auf der Bühne, Heinz-Günter Haigen, Werner Lohr oder mich, der ich jetzt mit der Disco hier unterwegs bin. Und da feiern wir zusammen drei Tage eine riesen Party in Hessen. Die allergrößte Party aber feiert...